Guten Morgen, Deutschland! Ja, unsere lieben Kinderlein ernähren sich falsch, liebe Leute. Das haben jetzt die Politiker der Ampelregierung auch gemerkt. Ich finde das wunderbar, dass unsere lieben Kinderchen sich falsch ernähren. Dieser ganze Fastfood, dieser ganz Zuckergehalt, das ist ja völlig falsch. Also die mündigen Kinder, die müssen jetzt wirklich an die Kandare genommen werden. Und deswegen sollen jetzt also diese Werbungen unterbunden werden, damit unsere lieben Kleinen, die sich auf die Straße kleben und die ja demnächst auch die Grünen wählen sollen, selbstverständlich, weil sie zu unreif sind, natürlich nicht hergehen und das falsche Essen zu sich nehmen. Da mag sich jeder jetzt einfach mal die Gedanken darüber machen. Liebe Leute, der Morgen ist ein Traum, wie immer im besten Deutschland aller Zeiten. Herr Habeck kommt mit dem Nächsten. Er möchte jetzt die Gas- und Ölheizung bei Neubauten ab 2024 unterbinden, damit es auch ja durchgeht mit der Klimaideologie, liebe Leute. Die alten dürfen dann noch 30 Jahre benutzt werden, aber auch da werden die Grünen mit Sicherheit eine vollmundige Lösung finden für die erfolgreiche klimaideologische Bevormundung. Ansonsten haben wir gestern bei T-Online gelesen, dass ja gerade eine Gegenoffensive der Ukraine auf Bachmut läuft. Und heute Morgen bekommen wir keine 24 Stunden später die Meldung, dass in Bachmut schon die Offiziere abgezogen werden. Und es irgendwie gar nicht nach einer Gegenoffensive aussieht im besten deutschen Allzeiten. Die Amadeo-Antonio-Stiftung riecht sich darüber auf, dass Herr Sundermeyer so viel Kritik abbekommt, liebe Leute. Ja, lieber Amadeo-Antonio-Stiftung, so ist das nun mal, wenn man sich als rasender Reporter outet, der Fake News verbreitet. Liebe Leute, es läuft heute Morgen wieder in ganz Deutschland da draußen, liebe Leute. Ich weiß gar nicht, wo ich heute Morgen anfangen soll. Ja, es ist toll. Übrigens, wenn ihr kritisch seid gegenüber Menschen, die zu uns kommen und Schutz suchen, beziehungsweise es ist ja eher folgendermaßen, dass unsere liebe Bundesregierung hergeht und sagt, ihr dürft alle kommen. Ja, wir nehmen alle. Wir haben ja massig Platz. Wir haben Arbeitsplätze. Wir haben massig Wohnraum. Wir bauen hunderttausende Wohnungen im Jahr. Und wir haben alles. Wir haben Kitas, Schulen. Es ist so viel Platz und so viel Personal überall. Wir haben keinen Lehrermangel. Wir haben keinen Pflegemangel. Wir haben überhaupt gar keine Krankenhausmangel. Wir haben überhaupt gar keinen Mangel. Deswegen könnt ihr ja alle kommen. Und selbstverständlich haben wir keine Schulden. Deswegen können wir das ja alles bezahlen. Und wenn Leute dann aber kritisch sind und sagen, naja, das ist jetzt nicht so ganz korrekt, dann geht man wieder her in den Medien, so wie jetzt heute Morgen in Greifswald und bezeichnet Menschen, die sich grundsätzlich kritisch gegen dieser Tür- und Torangel-Weitauf-Politik stellen, dann bezeichnet man die wieder mal als Mob oder Meute. Und natürlich dürfen die Rechtsextremen nicht fehlen, die das Ganze wieder mal unterwandert haben. Und dann heißt es auf einmal wieder, dass ein grüner Oberbürgermeister ja Angst haben muss. Leute, das ist die beste deutsche Presse, die besten deutschen Medien und die beste deutsche Politik aller Zeiten. Am Dienstagmorgen schönen Gruß nochmal an die lieben Leutchen in Köthen. Gestern war ein richtig schöner Abend. Und ich freue mich schon auf den nächsten Spaziergang, beziehungsweise auf die nächste Demo da draußen. Denn dann wird es gegen LNG-Terminals gehen. Weil da habe ich auch ein Problem mit, wenn vor unseren schönen Landschaften, unter anderem auch unseren schönen Inseln, für die klimaideologische Ideologie, einfach mal die tollen Plattformen gebaut werden, damit man sich am Strand auch kuschelig dran ergötzen kann. Euch allen da draußen, schicken Tag.